Das größte Inwater-Show hier in Neustadt ist die Hanseboot-Ankora-Bootshow. In diesem Ambiente, auch in diesem Hafen, das ist einer der besten Marinas überhaupt an der Küste, passt das alles wunderbar zusammen. Das heißt, die ganze Infrastruktur ist vorhanden. Ich brauche nur mein Boot mitbringen, ich lege es hier an und hier schwimmen die Boote in ihrem Element. Hier kann ich sie erleben, hier kann ich in kurzer Hose stehen und mit dem Eigner sprechen, beziehungsweise mit dem Verkäufer. Das sind Dinge, die wir so in der Halle nicht bieten können. Und dieses Gefühl ist natürlich etwas, was sehr zum Verkaufen animiert und auch passend ist. Für uns ist immer ganz wichtig das Thema Einsteiger. Wir wollen, dass Menschen, die sich dafür interessieren, die überhaupt hierher kommen und sagen, wow, ich finde Hafen und ich finde Segeln, ich finde Motorbootfahren toll, dass sie eine Chance haben. Das haben wir auch schon seit zwei Jahren jetzt, das Thema Start Boating. Da haben wir mit verschiedenen Kooperationspartnern in der Branche uns zusammengetan und da wird angeboten, steig auf ein Boot, fahr mit, erlebe überhaupt mal das Gefühl auf dem Motorboot zu sein oder auf dem Segelboot und erlebe den Einstieg und sage, ja, das will ich machen. Und das bieten wir an, aber wir bieten auch mit Segelgelegenheiten, aber auch, das ist ganz wichtig für Kinder, Opti-Kids oder die Motorboot-Kids, wo die auch kleine Elektroaußenborde hier im Hafen mal ausprobieren können und auch das Gefühl gewinnen können. Wir haben SUP, also Stand Up Paddling am Strand zum Ausprobieren, das heißt auch da richtiges Karibikfeeling momentan. Aber wir haben natürlich auch über Taschennähen, über Piraten schon über Holzboote bauen, alles dabei. Das ist die Hanseboot-Ancora Bootshow. Es ist bekannt inzwischen als eine der Highlight-Messen, überhaupt die in Wasser und Wasser in Europa stattfinden und das denke ich ist ein gutes Ziel für uns weiter zu machen und größer zu werden. Also das Lächeln im Gesicht, das wollen wir haben von beiden Seiten, vom Aussteller wie vom möglichen Käufer. bem, das ist richtig, hart weckt. Vielen Dank.